Ja, liebe Mitbürgerinnen, wir haben heute ein gemeinsames Haushaltspaket verabschiedet. Die Grünen, CDU, SPD, die GAL, die Heidelberger. Und das war ein langer Weg dorthin, denn es gab doch einige Unterschiede neben den Gemeinsamkeiten. Und für uns Grüne war es wichtig, die klimaresiliente Stadt Heidelberg voranzubringen. Das bedeutet für uns, dass wir mehr Tempo beim Klimaschutz, bei den Maßnahmen, bei der Umsetzung machen. Und dementsprechend war es für uns wichtig, dass wir zumindest in diesem Bereich sehr viele Anträge realisieren konnten. Der Widerstand war zu groß oft. Wir haben teilweise gespürt, dass die dringende Notwendigkeit, die sich ja auch in den Presseberichten derzeit widerspiegelt, die sich auch in der Demonstration von Fridays for Futures heute vor der Universität gezeigt hat. Diese Widerstände waren doch relativ stark und haben es uns schwer gemacht, tatsächlich noch mehr Tempo beim Klimaschutz hinzubekommen. Das war natürlich unser wichtigstes Thema. Aber für uns war auch wichtig bei der Verabschiedung des gemeinsamen Paketes, dass wir eben nicht nur das Klima im Blick haben, was das Wichtigste ist, sondern dass wir auch eine ausgeglichene Balance gefunden haben zwischen sozialen Anliegen und auch der Wirtschaft. Gerade im Sozialbereich hatten wir schon zu Beginn der Pandemie einen Antrag gestellt auf die Bearbeitung der sozialen Folgen der Corona-Pandemie. Und dieser Antrag hat dann dazu geführt, dass im Sozialausschuss von den Trägern sehr dezidiert berichtet wurde, welche Bedarfe sie noch haben. Und die SPD hat dann diesen Bericht aufgegriffen, hat ihrerseits einen Corona-Fonds aufgelegt, den wir sehr gerne unterstützt haben, weil wir einige unserer Anträge auch dort unterbringen konnten. Das soziale Leben in der Stadt, das Leben für Kinder und Jugendliche in diesem Bereich, haben wir auch einiges an Anträgen eingebracht, nur um ein Stichwort noch zu nennen. Und auch im Bereich der Wirtschaft war es für uns wichtig, dass wir die vitalen Innenstädte weiterhin als Programmpunkt haben. Denn die vitalen Innenstädte nach Corona, das ist ein wichtiges Thema. Unsere Gastronomen, unsere Einzelhändler in der Stadt, wir wollen eine Perspektive bieten. Wir wollen aber auch die Räume neu nutzen. Und wenn wir über den Neuzuschnitt von Straßenräumen reden, über die Neuverteilung, dann sind wir gleich beim Radverkehr. Und auch für den Radverkehr konnten wir einige Verbesserungen für die Radinfrastruktur erreichen, zum Beispiel auch Lastenräder in allen Quartieren. Das ist ein Punkt, der ist wichtig für uns, auch für das soziale Zusammenleben im Quartier, dass wir in den Stadtteilen tatsächlich auch die Möglichkeit haben, Lastenräder auszuleihen. Unter dem Strich sind wir zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Aber es zeigt sich auch, dass wir gerade, was die Verwirklichung unserer Klimaschutzziele in Heidelberg angeht, da ist noch viel zu tun. Da brauchen wir noch mehr Mut und noch mehr Kraft. Und wir Grünen bleiben da weiter am Ball. Ja, da geht es後 wir jetzt. Ja, wie heißt das. Ja, wie heißt das? Ja!